Es bleibt dabei, bislang kein einziges Aß in dieser Partie. Doppelfehler Sugiyama, das in dem Moment, wo sie zum Match serviert, nichts Ungewöhnliches. Bei den Damen Bregbal Karatansche war der zweite für sie in dieser Partie. Und das ist passiert, zum ersten Mal gibt sie ab. Eist so die Jammer und das in dem Moment, wo sie zum Match zu erreichen. Das ist der Netsball für Ai Sugiyama, derzeit Nummer 38 der Welt. Nets für Server. So, jetzt bin ich gespannt, was das Nervenkostüm von Karatansche aber sagt. Es sagt, das war's. Come on, das kommt von Ai Sugiyama. Die Mama darf sich freuen, gleich geht's zurück ins Hotel. Vorbereitung auf das Halbfinale, in dem sie steht. Ai Sugiyama völlig verdient. Die viel konstantere Spielerin hier gibt zwar ab bei 5-1 ihren Aufschlag, um dann aber im Nachgang zuzuschlagen. Auch das sehen wir häufiger bei den Damen. Die sympathische Japanerin ist durch, steht zum ersten Mal in San Diego im Halbfinale und kann jetzt in aller Ruhe heute Abend sich anschauen, wer denn die Gegnerin wird. Eine machbare Aufgabe für Sie, Morigami oder Shaka Daze. Könnte interessant werden. Orte, Herr Trump, alle der Schaaf der Schatten nachher. Jahrhunderte, Freunde,